Hallo YouTube, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia 3. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht's weiter. Vielen Dank auch nochmal für eure vielen Likes und Comments im Voraus. Heute geht's weiter. Wir konfrontieren Sunny Blue. Und wir müssen uns da nochmal, ja, ich hole mir heute einfach nochmal so ein bisschen Unterstützung. Ich fordere hier mal so einen kleinen Gefallen an. Äh, da, da, da. Nehmen wir hier mal, genau, Überfallkommando. Den Gefallen nehmen wir. Genau. Jawohl, wir holen hier noch ein paar Bros dazu, um Sunny Blue hier ins, äh, Jawohl, ins Kreuzverhör zu nehmen, ja. So, Jungs. Komm, boy. Wir machen jetzt hier erstmal schön aufräumen, Aktion. Was geht ab hier? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ach, der hat schon das Zeitliche gesegnet hier. Eieiei, die Jungs räumen ja richtig auf hier. Das war schön, das Geld abbreiten. Komm, nimm das Geld mit. Das nehmen wir auch mit. So. Boah, hier ist der richtige Alarm. So, wo ist denn Sonny Blue? Ich wollte mal eben meine Wummel wechseln hier. Der muss also hier links jetzt sein. Da, wo das Kreuz ist. Da ist er! Oh, ja. Kommt raus aus eurem Versteck, ihr Schwachmaten. Kommt raus aus eurem Versteck, ihr Schwachmaten. Boah, schön mit der Schroti hier. Komm, Boy. Komm, Jim Bob. Komm her! Nicht viel, würde ich sagen. So, komm her, ja. Oh, die hat's überall. Ich seh' ihn! Ich seh' ihn! Ah, da sind noch ein paar mehr Bros. Ja, die anderen Jungs haben ja schon schön aufgeräumt. Ah, jetzt kommt dann der, endlich. Die lassen überall immer schön das Geld liegen. Oh, da ist ne Machine Gun. Komm her, Bro. Bro, wo bist du? Er ist weg. Oh, die sind gefährlich. Ja, mit seiner blöden Maschinenpistole. Zum Glück hab ich ordentlich viel Schuss hier drauf. Oh, shit. Wo ist die Sau? Ach, so'n shit. Das ist nicht gut. Oh, shit. Wo kam der denn auf einmal her? Das gibt's ja gar nicht. Scheiße. Da ist der. Scheiße, ich bin mir. Ziemlich wehgetan. Nein, du Mann. Oh, 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 oh. Geh runter. Runter, 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 runter. Oh, shit, 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 shit. Mach dir das Ding rein. Oh. Oh. Schmeiß es dir rein, mein Lieber. Das war ja mal ne richtig fiese Aktion hier. Wo kam die denn auf einmal her? Wow, 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 wow. Das war echt knapp. So, jetzt mach ich mal eben umgucken. Da ist auf jeden Fall... So, erstmal schön Gesundheit auffüllen hier. Da ist noch einer. Da. Die sind so gefährlich. So, jetzt hol ich mir erstmal ne... Maschinenpistole. Meine Güte. Wie viele sind das denn hier? Aber ich hab ordentlich... Ich darf hier nicht sterben. Sonst hab ich hier ein Problem. Die ganze Kohle ist nämlich dann weg. Wo haben wir noch nicht gesucht? Wo haben wir noch nicht gesucht? Ah, der ist gar nicht so doof. Verdammt! Kommt hierher! Kein Fluchtweg! Stecke fest! Mach ihn alle die Sau! Oh! Leck mich! Weißt du, was der Schlachter mir antun wird? Hättet euch besser nicht mit Irish Point angelegt. Alter Schwede! Heftig! Meine Güte! Das war mal ne heavy Aktion hier. Aber hat ordentlich was gebracht hier. Richtig gut Geld verdient, Bird zuweisen. Ja, der muss auch mal ein bisschen was kriegen hier von uns. So, das ist jetzt erstmal unser Barrio hier eingenommen. Schick deine Leute. Jawoll! Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Wenn wir die Spiele zurückerobern, kann dieses Väter-Arschloch-Barriere nirgendwo anders mehr hin. Genau. So, da liegt noch Geld, seh ich grad. Mal ein bisschen was einsammeln hier. Ja, da kommen unsere Bros! Alles eingenommen hier, das Barrio. Ja, meine Lieben, damit sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da oder einen Comment. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Haut rein und ciao! Tausend! Tao Teic! Vielen Dank.